Wir fahren hier ins Querwasser, weil wir jetzt schön raus starten können. Bereit Lara? Ja. Ok, schau reinlegen. Einfach schussrund da, oder? Ja. Ja, warte mal, wir fahren da ins Querwasser. Nee, weil das ist leichter, weil jetzt starten wir Vollkaracke so raus und fahren. Hat ein Vollkaracke? Auch so. Und so kommt man dann super rum. Die Lara will immer so schnell. Ich will immer warten und die Lara sagt immer weiter, weiter, weiter. Gell, Lara? Die Mami ist schon ganz traurig. Schau, da warten wir im Querwasser wieder. Mit langen Hand. Ja. Jawoll. Schön. Hühler hätte ich auch gesagt, ist die Linie leichter. Bei der anderen hätte ich mehr Gedanken, dass es Ebenfußdorf, er macht jetzt die Variante. Siehst, da muss man halt... Siehst, da muss man halt... Siehst, da muss man halt... ...ich fahren. Ich fahre nicht. Achtung. Sahil 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 Geh mal das Boot um! Lass das Boot!